ja hallo herzlich willkommen zu heiz den video auf heinzschmitz.org heute habe ich hier so ein ja so ein zylinder mit einem kabel dran mit dem wollen wir uns heute mal ein bisschen befassen und zwar ist das eine webcam jetzt wenn sie sagen webcam hat man doch habe ich im laptop eingebaut und kann ich für ganz kleines geld kaufen aber die hat schon ein bisschen was besonderes inklusive sogenannter künstlicher intelligenz schauen wir uns die doch mal ein bisschen näher an ich habe die hier werden von oben können die vielleicht sehen die ist wirklich nur ein runder zylinder im moment ist noch der deckel drauf hat hier unten den anschluss usbc anschluss hatte und hier ist so ein vierkige öffnung da kann man entweder ein fuß reinstecken den da kann man sehen der ist dazu da an sich wenn man ihn wenn man die kamera aber ein kleines stativ stellen will ich habe so ein wenig stativ gut das taugt nicht viel aber das ist sowas und jetzt könnte ich diese kamera einfach so hier drauf stellen und gut ist oder üblicher anwendungsfall ist ja was anderes man kennt ihn einfach ein bildschirm das will ich jetzt mal machen dazu ist denn hier da muss man gucken da sein kleiner fuß dabei den einfach hier in die öffnung rein den kann man hier aufklappen und ich kenne den jetzt einfach mal hier hinter diesem monitor denn da soll die kamera gleich mit mir spielen so webcam ich muss dazu sagen ich mache hier noch mal was anders ich nehme normalerweise hier so meine meine mirabox da wird einfach ein hdmi signal rein usb und dann verhält sich eben die kamera die ich anschließe wie eine webcam oder wenn ich es komfortabel machen will nämlich hier bei einem atm mini pro da kann ich eben mehrere kameras anschließen und kann zwischen denen umschalten ich habe mich immer gegen webcams entschieden weil die einfach von der qualität her nicht gut genug waren glaubte ich jedenfalls bis mir hier diese del wb 70 22 wie es heißt ins auge fiel wir schauen uns die mal ein bisschen an der die hat so ein paar sachen dabei neben der guten bildqualität die wirklich lustig sind schau mal ich öffne mal die kamera damit ich schon an mich sieht und mach einfach mal den kontrol das kontrol panel davon auf so und sie sehen direkt da passiert irgendwas die fährt näher an mich ran das ist eine von den möglichen einstellungen die wir haben wir schauen uns einfach mal ein ganz klein bisschen an es gibt hier zunächst mal die kamerasteuerung machen wir den hier mal aus da kann ich die kamera mit verschiedenen winkeln einstellen ich habe also hier den 65 grad 78 grad oder 90 grad je nachdem wie viel ich erfassen will ich kann natürlich dann auch noch ein zoomen wenn ich möchte wobei das ist ein digitaler zoom wenn man da ganz genau hinschaut dann sieht man dass die qualität ebenso ist wie digitaler zoom ist also lasst man wieder drin denn natürlich autofokus was möchte ich priorisieren die belichtung oder die bildrate kommt ein bisschen auf an wo man ist hat man eine schlechte beleuchtung dann gibt man eben ein bisschen mehr auf die beleuchtung so und dann haben wir noch windows hello und so was windows hello wäre jetzt für eine anmeldung dann kann man natürlich in den farben um machen um mich in rum machen wird sich ja furchtbar muss man die kamera ein bisschen rüber stellen damit die mich besser sieht hallo kamera so man kann also dann die helligkeit erhöhen wenn ich dunkle geräuche haben kann die schärfe erhöhen das bringt aber auch nicht viel und dann ist hier ganz wichtig ein anti flicker filter entweder 50 oder 60 hertz je nachdem wo man ist bei uns hat man die üblicherweise 50 hertz netzfrequenz also flackern die birnen oder leds auch im 50 herz takt ist man usa hat man eben 60 hertz so was haben wir denn sonst noch dann möchte ich in 64 oder 30 bilder man kann auch mit 60 bildern pro sekunde allerdings müsste man dafür hier diese auflösung unterstellen hier ist jetzt die auflösung steht hier auf 4k hd also 2180 mal 3840 mal 2160 oder man nimmt dann full hd das ist dann eben 1920 mal 1080 und kann denn hier auch mit 60 hertz fahren wobei diese 4k auflösung die macht schon was in die kamera selber hat 8 megapixel also ähnlich wie die kameras in den smartphones mittlerweile da kann man natürlich noch so ein gitter oder rahmen einbilden einblenden um zu sehen wo man sich im bild befindet das ist im prinzip das was man mit der kamerasteuerung machen kann und hier gibt es dieses auto framing artich artificial intelligence auto framing das ist eine interessante funktion wenn man es nicht gewohnt ist ruhig vor der kamera zu sitzen oder zu stehen wenn ich das einschalte dann gibt es so einen effekt dass ich erst mal hier reingesucht wird das können sie hier vielleicht sehen so und wenn ich jetzt mich aus dem bild raus bewege langsam dann sehen sie dass die kamera im prinzip nach führt in gewissen bereich natürlich hat ja diesen winkel von 90 grad und wenn ich so lange ich da drin bin führt er nach und wenn ich ganz raus gehe jetzt sehen sie mich nirgendwo mehr nein die kamera sucht mich noch zu finden und wenn sie mich denn findet dann versucht sie mich wieder in die bild mitte zu setzen das gleiche wird jetzt zur anderen seite nicht so gut gehen weil ich da kaum rauskomme aus dem bild das einfach so wie das hier steht im studium so jetzt hat sie mich wieder in die mitte gezogen und was eben ist neben also dem wirklich ausgezeichneten bildqualität hier gibt es ja noch so was wie white balance die man einstellen kann habe ich es eben gar nicht gezeigt ist egal hier muss das sein hier gibt es auch diese automatische white balance wenn man die wegnimmt dann wird das bild hier in dem fall etwas roter den kann man natürlich dann auch selber abgleichen und kann die dann eben kälter oder wärmer machen wobei jetzt habe ich ein weißes hemd an also geht die auto bei white auto balance besser man kann auch an hdr einstellen also ein high dynamic range dann wird die bildqualität etwas schärfer der nimmt dann immer mehrere frames und rechnet dazwischen wie das optimal ist da hier kaum bewegung im bild ist also ich tanze ja hier nicht rum ist das uninteressant also kann man es lassen also hdr ist immer dann interessant wenn man ganz flache kontraste hat er versucht denn die kontraste zu erhöhen wir haben auch schon mal ein film darüber gemacht ich habe schon mal viel darüber gemacht das war eben so und dann kann man natürlich das ganze noch aufzeichnen dann wird das mp4 in ein verzeichnis gelegt und man hat sein seine sitzung zum beispiel oder sein eigenleben hat man dann dokumentiert wenn man das möchte oder was eben normal üblich ist man nimmt irgendein eine programm zum beispiel teams habe ich jetzt gerade hier mal laufen weil ich das für die hochschule schon mal brauche und gut jetzt ist hier als aufnahmegerät noch der black magic design der hat hier sein hier mein logo spiegelverkehrt natürlich und dann kann ich jetzt einfach umstellen auf die webcam und auch dann werden sie sehen dass hier das auto framing wieder aktiv ist und wenn ich jetzt sage ich möchte die sitzung eröffnen also an der sitzung teilnehmen das dauert jetzt einen moment und dann wird er hoffentlich auch die sitzung eröffnen ja ich will aber jetzt keine kontakte haben ich will einfach nur die sitzung laufen sehen die jetzt hier den chat brauchen wir nicht die jetzt hier einfach angezeigt wird also das wäre jetzt eine teams sitzung und auch hier geht dann wieder dieses auto framing das heißt die kamera versucht mich denn solange sie mich noch erfassen kann wieder in den mittelpunkt zu rücken also so kann man sich automatisch in den mittelpunkt rücken lassen von den technischen daten her ist es wie gesagt eine webcam mit 8 megapixel usbc anschluss dabei wird auch der strom die spannung versorgt es gibt auch eine webseite dazu die kamera ist nicht ganz billig allerdings muss man sagen in der leistungsklasse was sie kann ist das ist das schon gerechtfertigt etwas höherer preis denn normale webcam mit den mäßigen qualitäten kriegt man auch für relativ kleines geld wie gesagt ich habe eine andere lösung ich habe also meine wenn ich videokonferenz mal ist meine kamera da drüben und da spreche ich rein und die sehen hier über den atem mini pro geschaltet weil ich dann auch schon mal zwischen den einzelnen kameras die ich dann habe umschalten kann also wenn ich hier was am tisch zeigen will oder sonst irgendwas von daher ist für mich diese eine nackte webcam nicht so vorteilhaft wie eine andere lösung aber wenn ich einfach in den video in der videokonferenz öfter machen müsste und möchte eine gescheite qualität haben denn das ist das ausschlaggebende dann ist eine lösung hier wie die dell ww 70 22 schon etwas ziemlich intelligentes und das war nämlich das was ich ihnen heute ganz kurz erzählen wollte eine sie sehen jetzt die kamera im hintergrund sehen sie es die kamera versucht mich wieder in den mittelpunkt zu rücken finde ich auch schön wenn ich in den mittelpunkt gerückt werde um nein das ist eben eine kamera um videokonferenzen die immer häufiger werden die auch gerade jetzt hier in der pandemie zeit und home office pflicht immer wichtiger werden und dass man da auch mit einer ordentlichen qualität rüber kommt denn wenn man sieht teilweise was an an videokonferenzen an bildqualität abgeliefert wird das ist schon gut wenn man ein bisschen darauf achtet auf das bild ist es schon erschreckend ich meine das funktioniert auch wenn man hier in teams zum beispiel die unscharfende hintergründe oder künstliche hintergründe nimmt wobei das ja selten funktioniert wegen der haare und so was so wie gesagt das war das was ich ihnen heute erzählen wollte ganz herzlichen dank dass sie dabei waren ich hoffe es hat ihnen ein ganz klein bisschen spaß gemacht und wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier auf fanschwitz.org